Begeisternder Hörgenuss in neuer Dimension Der Klang des Amplikums Bluetooth-Kopfhörers lässt Sie in eine neue Welt des Hörens eintauchen. Aktivieren Sie zum Beispiel an Ihrer Musikanlage oder Ihrem Handy die Bluetooth-Funktion und schalten Sie den Kopfhörer an. Sofort verbinden sich die beiden Geräte miteinander. Die Lautstärke des Kopfhörers kann auf bis zu 120 Dezibel eingestellt werden. Gerade hörgeschädigte Personen können oft in bestimmten Frequenzbereichen Töne nur sehr schwer wahrnehmen. Aus diesem Grund kann an dem Fernsehkopfhörer eine sogenannte Hoch- und Tieftonregelung vorgenommen werden. Die integrierte Mikrofontaste ermöglicht Ihnen das Hören der Umgebung mit nur einem Tastendruck. Bestellen Sie jetzt gleich online oder lassen Sie sich von uns beraten in Ihrem Onlineshop. Bestellen Sie sich von uns beraten in Ihrem Onlineshop.